so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute haben wir den sehr ausgelutschten knallkörper und zwar die vipers von leslie dennoch wie ich finde sehr geil obwohl ich die noch nie hatte hier nec 61,2 gramm offen sind sie natürlich auch schon da guck mal jetzt mal flicks rein wie gesagt eine handvoll von den geilen teilen hat sich geräumt ich werde rapper hier schöne spanish cracker im spanish cracker design natürlich und ich freue mich auf jeden fall weil ich die noch nie gezündet habe mal gucken was die können sehen wir uns gleich die zündung der vipers von leslie so jetzt die vipers auch richtig schöne spanish cracker also die können auch richtig gut was leute scheiße machen wir noch ein die fetzen richtig gut legt euch die zu leute richtig gut machen wir noch ein paar vipers hier schön mal an für dich für slappix 480 video er ist verpufft ein bisschen machen auch optisch sehr schön was her noch ein ich bin richtig gut ja mann